Ertragreich, standfest und gesund, das sind Maisorten von RHGD. Mein Name ist Hermann Dappler, ich bin Verkaufsleiter von RHGD Saaten Österreich und für das Verkaufsgebiet Südösterreich zuständig. Mein Name ist Christian Sturm und ich bin zuständig für Oberösterreich, Niederösterreich und das Nordburgenland. Herzlich willkommen zur diesjährigen virtuellen Vortragsreihe von RHGD Saaten zum kommenden Frühjahrsanbau 2021. In diesem Video werden wir uns in den nächsten Minuten mit unserem neuen mittelspäten Mais-Sortiment beschäftigen. In diesem Reife-Segment haben wir mit den zwei neuen Sorten RGD Exakt und RGD Exzentrik ganz was Tolles zu bieten. Die erste Sorte RGD Exakt wird mein Kollege Christian kurz vorstellen. Die Sorte RGD Exakt ist eine Körnermais-Neuzulassung im Jahr 2020, ist ein reiner Zahnmais-Typ mit einer exzellenten Standfestigkeit und einer hervorragenden Kolbengesundheit. Die Stresstoleranz ist auch wirklich sehr gut ausgeprägt, das heißt auf leichten Standorten kommt diese Sorte trotzdem sehr gut zurecht und wir haben im Herbst eine rasche Wasserabgabe aus dem Korn und sehr geringe Erntefeuchtigkeiten bei dieser Sorte. Bezüglich der Kolbengesundheit Christian möchte ich noch einmal kurz einhaken. Also in den amtlichen Prüfergebnissen vom Jahr 2020 hat der RGD Exakt wirklich hervorragend abgeschnitten. Beispielsweise in fünf und über acht Prüfstandorten hat die Sorte das geringste Fosarium-Auftreten gehabt, also eine Sorte, die wirklich jetzt sehr, sehr gesund abreift, auch für die Fütterung bestens geeignet ist und wir auch eine sehr gute Fosarium-Note für die Zukunft natürlich erwarten. Das ist wirklich die Bestnote bei der Einstufung, was die Kolbengesundheit betrifft und wir haben auch bei der Standfestigkeit Rückmeldungen aus der Praxis bekommen. Speziell im Raum Hollerbrunn ist diese Sorte schon in der Praxis gestanden und es war wirklich bei später Ernte kein Zusammenbrechen dieser Sorte festzustellen. Extrem dicke, gesunde Stängeln, relativ kompakte Pflanze und wirklich standfest bis zum Schluss. Von der Anbauempfehlung, Herr Christian, die Sorte passt natürlich aufgrund der Stresstoleranz hervorragend auf alle mittelschweren, aber auch auf leichten Standorten. Es prädestiniert, glaube ich, für alle Anbaugebiete, Westbahngebiet bis St. Pöldner Raum rein, auf allen mittelspäten Standorten, wo an sich Stresssituationen auftreten können. Passt natürlich sehr gut ins Weinviertel und für die frühen Ernte der Mine im Nordburgenland. Die Sorte passt auch hervorragend auf leichten Standorten im Klagenfurter Becken, also überall, wo Reifezahl 3,40 im Körnermais eine Rolle spielt und Stress an sich auftreten kann. Wir haben den auch in Silomais Praxisversuchen gesehen und durch den hohen Kolbenanteil hat er auch qualitativ hochwertige Silagen geliefert und ist dort vor allem im Bereich qualitätsbetonter Silomais-Typen eine absolute Empfehlung in diesem Bereich. Gut, danke Christian, wir kommen gleich zur nächsten Sorte, Reifezahl 3,50 etwas später wie der erst jetzt vorgestellte RGD Exakt. Ein reiner Zahnmais, kompakter vom Typ her, aber ansonsten sehr ertragreich und auch absolut standfest wie der RGD Exakt. Also ein reiner Körnermais-Typ mit sehr, sehr hohen Erträgen, RGD Exzentrik mit Reifezahl 3,50. Er ist auch gesund, in plattem Korn, oder ausgetangene Standfestigkeit. Er ist extrem kurz und macht wirklich wenig, wenig Restpflanze. Wir haben heuer festgestellt, dass es bei manchen Sorten und bei manchen Kolben unregelmäßige Kornreihen gibt. Kannst du uns da vielleicht etwas dazu sagen, was ist der Grund für diese Unregelmäßigkeiten bei den Kornreihen? Ja, das ist richtig, Christian. Wir haben bei manchen Sorten das wirklich in der Praxis beobachtet, dass die Kornreihen nicht ganz, ganz regelmäßig ausgebildet sind. Es ist nicht unbedingt eine Sorteneigenschaft, es ist ein Jahreseffekt, der bei manchen Sorten ausgeprägt worden ist. Beim RGD Exzentrik haben wir das ab und zu gesehen. Es ist eine Stresssituation im Bereich der Blüte. Im Zeitpunkt der Blüte, aber auch ein paar Tage später, da hat es ein Temperaturproblem gegeben, sodass einzelne Eizellen im Nachhinein dann wahrscheinlich abgetrieben worden sind und dadurch die Kornreihen etwas verrutscht sind. Also wie gesagt, das muss nicht mehr auftreten, kann auftreten, aber muss nicht auftreten. Es ist ein Jahreseffekt im Eigentlichen. Hat aber auf den Kornertrag keinen Einfluss. Das ist richtig, ja. Also RGD Exzentrik, eine sehr gut abreifende mittelspäte Zahnmeissorte mit sehr, sehr guten Erträgen, aufgrund der guten Jugendentwicklung, auch auf sehr schweren, nassen Böen einsetzbar, aber aufgrund der Stresstoleranz empfehlen wir die Sorte genauso auf leichteren Standorten. Also RGD Exzentrik gibt es heuer erstmalig Sokot. Die Sorte ist in Frankreich neu zugelassen worden, steht aktuell in Österreich im ersten Jahr der Wertprüfung, aber aufgrund dieser EU-Sortenzulassung bereits im ersten Jahr 2021 auch als Sackgut in Österreich verfügbar. Wir kommen jetzt zur nächsten späteren Sorte, Reifezahl 360, ein reiner Zahnmeiss, der auch sehr stressstabil ist, der auch im Bio-Bereich an sich als Bio-Sackgut verfügbar ist, von den Eigenschaften her sehr, sehr regelmäßig ist. Ein mittelhoher Wuchstyp mit Note 8, also ein mittelhoher Typ ist mit einer ausgezeichneten Standfestigkeit, hat auch hier die beste Note 2, wie alle unsere anderen Sorten oder wie die meisten unserer anderen Sorten eine ausgesprochen gute Jugendentwicklung. Deshalb auch die klare Empfehlung auf sehr kalten und nasen Standorten und bringt auch eine sehr gute Blatt- und auch Kulmgesundheit mit. Die Sorte hat im Jahr 2020 wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Wenn wir uns die amtlichen AGMisse, die Prüfer-AGMisse von der AGES anschauen 2020, war da auf sämtlichen Prüfstandorten in ganz Österreich sehr, sehr regelmäßig. Wenn wir uns auch die AGMisse in der beschreibenden Sortenliste anschauen, ist der AGT-INEDICS im mehrjährigen Prüfzeitraum mit 105 Prozent im Ertrag an sich eingestuft. Also er zeigt sich besonders regelmäßig und das auf allen mittelspäten Lagen in ganz Österreich. Wie gesagt, aufgrund der guten Jugendentwicklung empfehlen wir den primär auf mittelschweren und schweren Standorten. Auf sehr leichten Standorten empfehlen wir eher unseren erstgesagten den AGT-Exact. Aufgrund der Stresstoleranz passt der AGT-Exact einfach besser auf sehr, sehr lechteren Standorten, wo sehr starker Trockenstress auftreten kann. Gut, das waren unsere beiden Hauptsorten, unsere Neuzugänge. Wir möchten jetzt ganz kurz unsere altbewährten Sorten ganz kurz erklären. Wir kommen ganz kurz zum RGT-Connexion. Christian, darf ich dich bieten den Connexion kurz vorzustellen? RGT-Connexion ist ja schon bekannt mit Reifezahl 340. Ist ein etwas Massewüchsigerer Typ mit einem sehr kräftigen Wurzelwachstum, einer sehr guten Jugendentwicklung. Wir haben den im Silomaisbereich und im Körnermaisbereich eingesetzt. Er passt dort wirklich überall ganz gut hin. Wir haben Bio-Saatgut von dieser Sorte verfügbar. Er ist auch in den Bio-Landessortenversuchen drin gestanden und er war dort in Kärnten die ertragsstärkste Sorte und passt vor allem auf schwerere und mittlere Böden, dort wo eben gute Jugendentwicklung gefragt ist, am besten hin mit dem Reifebereich 340. Die zweite Sorte in diesem Reifebereich ist die Sorte RGT-Lipex. Auch Reifezahl 340 und das ist eine Sorte, die für sehr hohe Wirtschaftlichkeit sorgt. Es ist eine kurze, reine Zahnmais-Sorte, kompakter Wuchstyp mit einer ausgesprochen guten Standfestigkeit und Stresstoleranz. Das ist eine Sorte, die speziell auf extensiven Standorten mit sehr wenigen Bodenpunkten, sehr sandigen Standorten optimal hinpasst und das ist die Hauptempfehlung für schwache Standorte Richtung RGT-Lipex zu sehen. Noch einmal zusammenfassend die Neuzugänge RGT-Exact mit Reifezahl 340, der besonders stressstabile und gesund abreifende Körnermais-Typ für Stresslagen. Dann haben wir einen neuen RGT-Exzentrik, Reifezahl 350, der kompakte Zahnmais für gute Mittelspätelagen. Dann unsere altbewährten RGT-Konexion und RGT-Lipex, wie der Christian jetzt vorgestellt hat. Gut, wir sind bereits am Ende unserer Sortenverstellung. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich gerne für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Möchten auch zum Schluss noch einmal auf unsere Landwirteaktion zu sprechen kommen, die wir im heutigen Jahr auch anbieten. Unsere Landwirteaktion 10 plus 1, sprich, wenn Sie 11 Packungen von uns bestellen, dann müssen Sie nur 10 Packungen bei Ihrem Landesproduktenhändler bezahlen. Zum Schluss sage ich noch einmal Danke für die Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und gutes Anbaujahr 2021.